Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TTT mit den Jungs. Ach, Musikchen, aber... Darf ich denn schon mitreden oder soll ich noch die Klappe halten? Du darfst mitreden. Das bereichert unsere Runde. Nein, du darfst gar nicht reden. Bitte komm in die Runde, Ghost, aber nur wenn ich innoße bin. Ah, no! Okay, nevermind, das ist die Undertale-Map. Ich war nur noch nie in dem Part der Map, wo ich gerade gespawnt bin. Okay, er nimmt die Zone-Befekt. What? Er steht denn da oben? Ach, du... Ach, vielleicht stehen wir jetzt. Hi! Wird mir stinken, wenn ich du wär! Warum ist denn hier Arizona? Arizona? Ist schon mal Arizona-Aim? Ja? Hä? Soll ich nur noch was am Aimen? Äh, welches? Ich hab die Waffe gehitzelt. Ich hab die Waffe gehitzelt. Keine Ahnung. Ich hab mir von... Oh, was ist das denn? Das ist ein Oh-Mei-Gott-Bubble-Tee von Rewe. Ah, das ist nicht so geil. Kenn ich nicht. Hallo, Raikondo! Ein Lüschchen! Willst du erst mal Glück, ihr Bubble-Tee? Ja, ich... Ja, generell ja. Ich habe jetzt am letzten Montag, als ich in Düsseldorf war, habe ich das erste Mal in meinem Leben Bubble-Tee getrunken. Wenn du mal in Berlin bist, sag mir Bescheid, ich kenne den besten Bubble-Tee-Lockler. Hallo, nächsten Monat? Hallöchen, Lucy. Hi, äh, wo? Warte mal, wann ist die Gamescom? War noch ein Warnfluss. Äh... Ich glaub, 23. Oder war die schon? Nee. Also der Samstag, wir sind doch der 24. Ende des Monats. Viel Spaß. Hau ab. Es geht wieder los. Nein, nein. Du musst dich umbringen, wenn du dich weghaben willst. Benjamin, viel Spaß bei der Gamescom. Dir auch, Lucy. Danke, danke. Ich fasse die jetzt einfach mal, Daniel. Das wird ein Fehler sein. Okay, ich verbraue dir mein Leben an. Okay, dann dropp da eine Waffe kurz. Nein. Ja, doch. Das ist Lucy. Warum? Oh, hallo. Wieso hast du eigentlich Damage? Weg, 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 weg. Weg, weg. Wir erlauben mir keine Menschen. Ja. Wir sind ausländer raus. Äh, natürlich. Du siehst anders aus als wir. Okay. Dann hat's doch keinen Sinn mehr. Du bist anders. Hey. Es ist Lucy. Warum? Hast du mal auf mich zu schubsen? Ist er grad gestorben? Warte doch mal. Worauf? Ja. Er ist tot. Habt ihr ihn getötet? Ich hab so die ganze Zeit an deinem Hintern. Ja, wir haben ihn zu zweit getötet. Nein, gib weg. Lass meinen Hintern in Ruhe. Wollen wir mal einfach losickeln? Warum? Was wollt ihr eigentlich von mir? Ihr macht ein One in One. Ich hab meine Waffe weggeworfen. Nein. Hau. Hau. Shit. Ich hab in dem Moment dummerweise meine Waffe weggeworfen. Von Anfang an war es klar. Ich hab meine Waffe aus und bin weggeworfen. Ja, zwar Lucy. Bin ich gut oder bin ich gut? Ja, was soll ich denn machen, wenn ihr da oben alle zu dritt rumsteht? Bin ich gut oder bin ich gut? Wir waren nur zu zweit. Du hättest ihn killen können. Warum kam er, der Raikondo? Was wollte er da? Er war nicht erwünscht. Wir hatten da unsere schöne, rosige Zeit. Ich hab's gemerkt. Deswegen bin ich auch gesprungen. Also der Puppletee von Rewe schmeckt sehr künstlich. Ja. Der schmeckt scheiße. Ich hab mein Rewe, hab nicht mehr melken. Da gibt's, glaub ich, Kiwi und so. Und das andere, weiß nicht. Aber in Düsseldorf, als ich mich getroffen hab mit ein paar... In Berlin, in Düsseldorf. In Düsseldorf, ja, das, genau. Aber so, da gab's auch einen echt guten Laden. Wo warst du denn? Wo warst du noch große Marker? Ähm, ja, ich weiß es. Ja, schieß auf mich, Daniel, schieß auf mich. Daniel, schieß. Ja, 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 ich dachte, Daniel war ein Schütze. Junge, ich hab dich nie mal getroffen. Hier ist Retor. Junge, wenn ich wieder Puppler vor dir steht, dann wirst du tot. Ja, hier ist Retor. 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 Tadah. Wie ist der Code? Ich geh wieder mal in Elke. Weiß jemand den Code? Hätt's schon Code? Nee. 6, 5, 7, 8. 6, 5, 7, 8. Wenn ihr mich aus dem Japan-Viertel eintrinken? Äh. Nee. Okay. Bin ich da getrunken, wo ich getrunken habe? Ja. Was willst du eigentlich? Tobiana. Nix. Dein Arsch. Äh. Was? Moment, was? Der ist straight vor. Feuer einfach akzeptiert, ohne nachzudenken. Ich hab's tatsächlich nie nachgedrückt. Das ist hier nachher. Alter, ein Quarbenberger. Was willst du von mir gehen aber weg? Nee, du erschießt mich. Hallo, wir haben zusammen Raben gegessen. Du darfst mich nicht erschießen. Aua, Alex, hast du das mit Papst hin? Nur komm! Ich hab nix gemacht. Löschen. Steht halt auf jeden Fall jetzt. Was ist denn da, der hat in der Hand? Alter, der Kulat voll geil. Oh. Wie geil ist das denn? Hey. Alter, Discom will man da. Ja. Oh. Alter, wie geil. Hör auf Discom. Also, ich kann mich stundenlang mit dem Burger beschäftigen. Hui. Irgendwann schmeckt er aber nicht mehr. Der liegt bestimmt schon 20 Minuten hinter der Theke. Der Käse ist schon ganz kalt. Das ist kein Wettkirchen. Oh, meine Herren. Aber du stehst auch sicherlich auf abgestandenen Käse. Wenn er schön knusprig ist, crispy, crispy. Alex, was holst du von mir? Ich darf jetzt nicht mehr reden, weil ich bin jetzt im Spiel. Ja, okay. Ja, Reikon, du mach mal Brücke hier weg, bitte. Ich muss dann. Fieh die denn weg? Okay, ja. Fieh die denn weg? Ja, du hast hier so eine Traitor-Hand, womit du die Brücke wegmachen kannst. Das ist mir grad voll zu spisch. Kann ich schon grad nicht machen, weil ich kein Traitor bin. Okay, sicher. Ja, sicher. Was willst du jetzt von mir? Du hättest dich da dreimal umbringen können. Ja, ich war voll verwirrt. Ich war voll verwirrt. Ich war voll verwirrt, weil du auf einmal... Das ist hier ein Streffer gegen Shotgun. Wovor hast du Angst? Reikon, du ist es in meiner Meinung. Ich glaube auch, die Treppe laufen dann ein bisschen zu viel. Ich war voll verwirrt, weil du auf einmal Stehenfliehung auf den Boden geguckt hast. Benjamin? Was? Was? Wo? Wie? Ich bin noch nicht mehr im Spiel. Was, Alex ist es? Ja. Okay. Ich hab trotzdem, finde ich Reikon nur ein bisschen suspicious. Obwohl... Das war nicht immer. Sag mal Reikon, du heißt... Ich hab grad jemand sterben hören. Und ich seh, Lucy ist auf jeden Fall bei mir. Einer ist grad eben da hinten gestorben. Wo ist da hinten? Von hier. Ja, von hier hab ich grad irgendwo Deathsounds gehört. Ach, von hier. Hat jemand die Brücke benutzt? Jetzt nicht auf die Brücke. Jetzt klicken. Nee, ich guck grad, ob man hier irgendwo ne Leiche... Doch! Da liegt ne Leiche. Da unten liegt ne Leiche. Ah, okay. Ich seh. Ja, eigentlich nur das noch drin. Wo ist Reikon noch? Wo ist Reikon noch? Nee, nicht. Er kann aber einfach da runter geschubst haben, oder? Vielleicht liegt er ja auch da unten. Das ist... Das ist fresh aus. Ja, oder Fleischi. Keine Ahnung. Ja. Fleischi? Geh da nicht drüber! Ich geh da nicht drüber. Ich... Ich weiß gar nicht mehr. Ich check gar nichts für dieses Game. Ich geh gleich in den Raum und warte die Zeit ab. Ich weiß, dass man die Brücke wegmachen kann. Da gehe ich nicht über die Brücke. Ja, das weiß ich auch. Aber ich weiß auch, dass man jemanden da runter schubsen kann. Okay. Oder einfach ne Holy... Ah, ne ne Holy... Discombulator, der jemanden kriegen kann. Ich hätte ne Disco. Disco. Ach, ne. Nein, das kriegst du nicht! Shit! Du warst die einzige, die noch lebt hat. Ich hab dir so... Ich hab dir echt vertraut. Ich war echt sicher, dass einer von den anderen noch lebt. Wie kann man so viel Lack haben und einfach beide mit der Brücke erwischen, ey? Ach. Ich hab halt auch nur eine Leiche da unten gesehen. Ich wär ein paar mal gucken. Ich hab beide gesehen und hab nur eine gesehen. Aber ich wusste, dass du wolltest, dass ich über die Brücke laufe. Nein, du kannst das nur einmal aktivieren. Ach so, okay. Du kannst das nur einmal aktivieren. Okay, okay. Danach geht's nicht mehr. Alex? Fleischwurst, Fleischwurst, ja? Soll ich auftreten? Ja, bitte, bitte, bitte. Ich und meine Lampe. Sie ist die beste Schlampe. Ja, kommst du auch aus dem Bühnen? Ist ich irgendwie... Ich bin hier. Ach ja. Ja, ach so. Warte, 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 bleib da sitzen. Bleib da sitzen. Ich... 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 Ich trete auf. Okay, wir gucken alle zu. Alex, was ist eigentlich mit einem Dete? Ja. Und heute... Mit viel... Feier... Ich will mich hinsetzen. Ich will mich hinsetzen. Ich will mich hinsetzen. So, ich sitze. Alex... Mit seiner Lampe. Okay. Guten Abend. Guten Abend. Mein Burger ist kalt. Das ist meine Lampe. Sie ist die beste Schlampe. Oh, ich will nach Burger mit Burger. Sie ist gerne Burger. Nur Schlampe. Äh... Was red ich hier auf Burger? Mörder? Ja! Ja! Sie kennt! Der Reden-Mörder! Hey, wo ist es denn? Daniel ist es, ne? Ja. Nein, ich bin's nicht. Ich will doch nicht so sammeln. Alter. Oh mein Gott. Dann werden wir einmal im Theater. Mann! Hab ich mir anders vorgestellt. Pancake zurück. Tut mir leid. Die Vorstellung war scheiße. Wollt gerade einen Milchschick werfen. Wollt gucken, ob ich's irgendwie witzig mache mit einer Holy... Äh... Grenade oder... Na V-Nate, aber... Ich hab' legit Deathhaker und ich glaub' Matt Kid im Shop. Weil dem Rampenlicht Fleischwurst. Okay, ähm... Die Fleischwurst. A2. Okay, hallo, ähm... Ich bin heute... Moment, ihr müsst noch bezahlen! Sie müssen zahlen! Warte! Ich schaue mich in Backstage! Ja, okay. Hallo. Ich bin Benjamin. Ich versuche mich ähm... Jetzt... Als Komiker. Hahaha... Ja, gut... Go on, go on! Okay. Was... Was... Also gehen wir mal von aus, ne? Michael Jackson würde nur noch leben. Alex, ne? Treuer Fan. Sitzt auf seinem Schoß, was würde Michael Jackson sagen. Richtig. Es steckt ein großer Sänger in dir. Oh, Moment. Das hat gefunkt. Daniel, was war das? Eine Zapgrade. Okay. Okay. Ja, ich weiß... War vielleicht nicht so... Lustig. Okay, pass auf, pass auf. Ähm... Mami, Mami, warum krieg' ich jetzt mal eine Geburtesgeschenke schon? Ja, weil... Ich hab' die ganze Zeit geguckt, ob du irgendwas tust. Ja, ich hab' das Smoke Remake geschnitten. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ach, nee! Weg! Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Packstein. Strong! Wisst ihr, was der Hammer ist? Ein Werkzeug. Was ist das so? Fleischmus hat gekauft! Fleischmus hat gekauft! Ja. Oh, wer bist du denn? Hoi! Dann steck mich jetzt hinterm Sofa. So, dass vier alte, die stehen? Ja. Nee, auch das. Das ist das Lofa. Ich hab' mal ne Galil gesehen. Na, kleine Galil. Aber ich kann es nicht dabei sein. Na, Lucy, hau doch ab, Alter. Na, warum? Was hast du heute gegen mich? Du stinkst. Ja, warum rum? Du stinkst. Richtig. Ach so, okay. Wow, wow, wow. Ja gut, ich glaube, Games kommt dann einfach fünf Meter hinter dir. Ich bitte in zehn. Okay. Ja, ihr müsst einfach wie Anita Duck sein. Ja. Mhm. Also. Was ist denn jetzt passiert? Nee, 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 nee. Du lässt nicht die Brücke runter. Was ist denn da? Mir fehlt ein Steg. Okay. Dann halt nicht. Na gut. Was ist da drin? Bin ich gut. Geh das da gar nicht raus? Okay, dann halt nicht. Danke für mich halt. Was ist denn da? Ja? Irgendwas, irgendwas liegt da drin. Ich wollte versuchen das rauszuholen. Tester auch, nein. Soll ich hier irgendwann drücken? Die drück ich auch. Egal. Das ist ein Traitor-Tester. Das ist ein Traitor-Tester. Reden. Das ist ein Traitor-Tester. Traitor. 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 Welche Traitor muss ich dafür haben? Stiefelkreis. Da sind nur ein paar zu viele Leute hier. Leil. Hier ist so ein Teil? Da ist auch... Gleich kommt noch die Handtrain. Da drüben ist auch noch so ein Teil? Warte mal. Wo ist noch mal dieser Laden? Wo? Was ist denn so ein Teil? Ich bin da einfach hier in meine Reaktion rein. Dann verschämt bin. Sorry, sorry, sorry. Hier, hier. Hier gibt's auch noch so einen Schalter? Hä? Ne, der ist... Okay, dann ist der Schalter. Wohin denn? Aber was für ein Schalter? Was macht die denn hier? Ich weiß es nicht. Man nimmt hinterher und guckt, was er sucht. Was ist für ein Schalter? Ein Schalter... Ja, keine Ahnung, was ein Schalter ist. Hinten... Hinten... Der lauter muss, was ein Schalter ist. Ja, aber was macht der Schalter? Ja, ne, den hab ich gedrückt, der ist weg. Ja, was macht der denn? Wo ist Fleischwurst? Ja, der hat... Ich hab den gedrückt, der ist verschwunden. Ach hier. Ja, wo war der denn? Das kann ich... Kannst du doch die Position sagen, wo er war? Im Theater, am Ende des Ganges. Da ist. Am Ende des Ganges. Aber willst du weiter jetzt gucken, ob der verschwundene Schalter noch da ist? Ja, absolut. Oh, nein. Komm, genau. Wollen wir uns den Eisbecher hier teilen? Oder was auch immer das hier ist. Irgendwie eklig ist. Sie will ein Date mit mir! Was? Das... 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 Das klang ein bisschen zu panisch. Hast du... Okay. Erdfallschaden gekriegt. Bist du am Leben, rede gefällig. Was? Das war hier nochmal? Ähm... Er schießt. Okay. Da wird drinnen geschossen. Nein! Alex! Wieso trittst du mich? Weil du... Du hast auf mich geschossen? Der hinter dir hat mich angeschossen. Ja, aber wie soll ich dich sehen? Das ist doch hinter mir nicht. Ich habe einfach nur gesehen, wie du anfängst auf mich zu schießen. Ich bedanke mich an Lucy, meinen zweiten Traitor. Ja... Hä? Ich konnte das doch nicht wissen. Mein Blickfeld war, Alex schießt auf mich. Guck... Guck... Aber das wusste ich doch nicht. Mal ganz kurz. Kann ich nicht Traitor werden? Das ist echt langweilig und scheiße. Ja, ey. Kurze Frage. Als du auf Alex geschossen hast, während du am Schießen warst, hat er sich da gewährt? Er hat auf mich geschossen in meine Richtung. Was soll ich denn denken? Ja, hat er sich dann weiter gewehrt als du geschossen? Er hat weiter geschossen, ja. In meine Richtung. Ja, aber das wusste ich doch nicht. Was hab ich gesagt? Ja, aber in dem Moment, wo ich gestorben war... Och, Mann, Lika. Ich bin schon wieder. Legit habe ich keinen Bock mehr. Alter! Was ist denn denn los? Was soll ich denn wissen, dass der Hitcher wer steht, ey? Warum bin ich denn schon wieder zelter? Ich sehe doch nur, wie Alex auf mich schießt. Mann! 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 Ah okay, ich dachte ich bin komplett in Wissen. Was war das denn? Das war ernsthaft. Wirklich. Kann ich nicht Traitor werden? Es ist scheiße. Ich bin kaum drei Schritte gelaufen. Ja, ich bin halt einfach... Ich hab... Ich bin halt einfach... Eine Runde. Hab mich umgedreht, hab dich gekillt und hab dann... Fleisch gekillt. Einfach so casual. Ich war eher AFK. Ich war AFK. Do not touch the card out. Empty stuff. Ich sollte... Ah. Ich glaube, weißt du... Ich glaube, ich schieß Daniel jetzt einfach weg. So 75% Chance, dass ich richtig treffe. Ja. Okay. Dann erschieß ich direkt Lucy. Okay, finde ich gut. Oh, jetzt bin ich happy. Okay Lucy, du musst jetzt die richtige Zahl erraten, ja? Ich will keine Spielchen mit dir spielen. Zwischen eins und drei. Wenn du richtig hast, erschieß ich dich. Wenn ich richtig hab? Dann erschießt du mich? Ja. Achso, warum? Okay, man. Okay, ihr bleibt hier. Hallo, ihr guckt uns an. Zwischen eins und drei. Okay, zwischen eins und drei. Welcher ist es? Ja, aber es kann ja dann... Alex. Ha, ha, ha. 2,5. Richtig. Jetzt will ich diesen dämlichen Schalter holen. Alex, das ist so ein Spacken, ey. Mann. Aber ich lass dir durchgehen. Das war ein Spinner. Aber wisst ihr was? Komm noch kurz her. Mann. Boah, das ist so wahr. Aber ich mein Wegekappen her. Ja? Warte, René, pass einfach auf. Tschüss. Ich liebe die TV-T-Roden. Das ist immer so lustig. Auch wenn Alex mich immer mumbt. Der Trailer war zu langsam. Ah, da. Da ist der Schalter wieder. Zack. Jetzt müssen wir in den Fahrstuhl gehen. Mann. Taischi. Was denn? Oh, warte, Alter. Du hast es immer noch nicht erzählt. Hä? Hast ihn einfach wieder gedrückt. Ja, hab ich... Also alle von uns drei ist es, ne? Ich finde, die sollten uns alle sammeln und eine Zap-Klinik nehmen. Ne, ich möchte das mal kurz testen hier. Hä? Okay. Lass das zusammen testen. Ja, okay. Ja. Hm. Hä? Ich will hochfahren. Warum geht das nicht mehr? Kann du ganz kurz bitte, bitte kurz mal... Hä? Warum funktioniert das nicht? Eben... Also das letzte Mal könnte man hochfahren. Hallo? Die Leiche ist im Weg. Hä? Ey, der Fahrstuhl ist nicht hochgefahren. Nix. Ich war kein Traitor. Oh, die Runde war so schön. Das war fantastisch. Mann. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Mann. Vielen Dank fürs Zusehen. Bye-bye. Tschüss. Ich bedanke mich an Fleischi. Puzz7 Untertitelung des ZDF, 2020